Wo ist der Günther? Ist das zum Kotzen? Wo ist der Alex? Wo ist der Chimmer? Mann! Alter! Chef Michael will seine komplette Mannschaft zusammentrommeln. Wer nicht in Rufweite ist, wird angerufen. Doch die Kontaktdatenverwaltung in diesem Büro ist eigenwillig. Oh, Alter! Weißt du, es geht alles, bis ich es brauche. Das kann doch keiner wahr. Das ist doch hier, komm mal her, mit so einem Inbusschlüssel. Hier, komm mal hier. So, Markus, Maja, wo ist der Günther? Kalken wir mal ab, hier, ne? Ja, 090. Günther! Der Michael. Wo bist du? Da kannst du leer ab Hause. Kommst du dann? Ja, aber nicht. Wir müssen so einen Van abschneiden und lackieren, da musst du mitmachen. Ja, bis gleich. Ja, tschö. Super. Der Günther, arbeiten ist der immer dabei, ne? Fast. So. Wo ist der Janowski? Im Packraum. Was macht der im Packraum? Packen. Wir haben jetzt hier so ein Van verkauft, der muss umgebaut werden zu so einem A-Team-Auto. Der Günther muss lackieren, dieses Wochenende. Dieser GMC-Vendora 2500 soll von den US-Car-Profis umgebaut werden und nach dem Makeover seinem berühmten und baugleichen Vorbild zum Verwechseln ähnlich sehen. Hierfür wird nicht nur Lakierer Günther gebraucht, sondern die komplette Crew. Jetzt geh bitte einer mal den Klotzki holen. Hier, komm, du schmeckst ihn am besten. 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 Wenn man schön laut spricht, dass es auch jeder versteht oder rumbrüllt, dass es dann schneller geht. Aber es gibt halt Sachen, die gehen dann einfach nicht schneller. Anders holt den Klotzki, dann holt der Günther, holt die Hose, gleich holt der Alex, den Klotz, den... Also ich glaube, dass seine größte Schwäche seine Personalführung ist. Sind wir jetzt hier alle auf dem... Wo ist der... Jetzt ist der Günther nicht da. Ich wusste es ganz genau. Joro, geh den Günther holen. Meine Ahnung. Jetzt weiß ich ganz, was passiert. Allesgleich gehen wir den Joro suchen. Ja, das ist eine Katastrophe, wie so ein Flohzirkus. Egal, wen du wegschickst, der ist dann weg. Es kommt jemand anders, den du gar nicht gesucht hast, den schickst du dann weg, dann... Stunden dauert sowas. Immer Stunden.